Ich will jetzt eigentlich kein Zwei-Handschwert anziehen. Krone ist back on the menu, boys. Nicht unbedingt mein Style. Wo ist denn der Smitty? Ich hab vorne die Treppe hoch, weil mein Bruder-Chef gibt mir ja nix umsonst. Hier gibt's wieder Quests? Nee. Ich kann mal gucken, der Helm ist doch nicht so meins. Ich fand den hier eigentlich ganz cool. Was heißt das, dass der blau ist? Bin ich schon mal gar nicht so. Ey, Smitty! Bruder! Lass mal was craften, du Hund! Ja, ich hab ganz viele Blueprints. Baut ihr mir jetzt einfach zufällig Sachen, oder was? Okay. Ja, mach du nur. Ich guck's mir dann gleich an. Guck doch mal! Okay. Ich kann auch ganz viele von den Dingern kaufen in der Stadt. Was denn das? Was soll das sein? Wollt ihr mich flaxen? Da sind zwei Zöpfe dran! Jungs! Das ist ein geiler Hut! Das ist der, den ich am Anfang an hatte, oder? Den er gecraftet hat. Zumindest ein ähnlicher. Das sind wir hier. Das sind wir hier. Ich hab doch eine coole Rüstung gesehen. Die hier sieht aus wie aus Witcher. Ist sie geil? Na ja, geht. Mal cool aussehen tut sie. Sieht aus wie so eine Bachenrüstung. So leid. Hab ich jetzt alles, okay. Das heißt, ich hab jede Leicht-Touristung jetzt, die es im Spiel gibt. Oder fängt die tatsächlich eine zweite Seite an. Geht ja doch mal aus. Ist vor allem gar nicht schlecht, die ich da... Ich glaub, ich geh noch ein paar von diesen Blueprints kaufen. Gibt's hier irgendwas, was besser ist als mein Zeug? Das sieht definitiv so aus, als sollte das hier besser sein als das da, oder? Das eine ist halt so ein Pieksen. Nächste. Das ist so ein Streitkolben. Keine Axt, aber okay. So, hier. Uh, der sieht cool aus. Ich glaub, wir haben alle Speere. Bei den Waffen. Gibt's hier nix von diesem grünen Zeug? Ah, warte, hier fängt auch eine zweite Seite an. Guck. Mach Tatsache aus. Okay, gut. Dann bin ich ein bisschen beruhigt. Ich dachte, wir hätten schon alles... Also macht den Schmied nur was generisches Zeug? Ich weiß nicht, was das schlimm ist. So, was ist denn jetzt mein... Was ist denn mein mächtiger Auftrag? Bestimmt will jetzt Dennis was von mir, oder? Der wollte ja noch nix. Oh ne, Chef ist wieder da. Chef, du hast ein bisschen Käferblut an der Jacke. Okay. Aber ich mag Altenkäse. The village shopkeepers might have the bread, milk and mushrooms he wanted. If some rat would kindly fetch them. Warte, okay. Der will jetzt... Ach, komm schon. Dann zurück ins Dorf, da wollte ich ihr vorbei. Danke. Das sehe ich genauso, Mr. Witcher, Sir. Eigentlich müsste ich jemanden schicken und nicht selber dahin fahren, aber irgendwas ist da jetzt sicher schrecklich schiefgegangen. Oder ich brauche wieder Gold. Hey, Jungs, ich bin zurück. Der König. Hallo? Käfer? Ja. Eee, Milchkäfer. Okay, das geht mir zu weit. Das ist krass. Ich muss kurz hier rein und dem Typ hier noch ein paar Blueprints abkaufen. Was kurz kurz? Der hat auch Brot und die Pilze. Das sind alle, wer hat er denn nicht? Große Enttäuschung. Weiter geht's. Ich habe königliche Dinge zu tun. Und ich muss einen Käfer melken. Oh, hallo. Das machen wir natürlich. Der König hat vergessen, zu disposen des Korps von Blocky Magoo. Oh, hallo. Ich habe euren Teddybär. Ja, ja, den habe ich. Ich habe euren Beeren. Jungs, geiler Schild. Danke dafür. Ihr seid die Besten, okay? Lasst euch keinen Scheiß anrehen. Hallo, bist du? Ach, das ist der Älter, gell? Oder sowas. Ach, ich habe schon wieder auf Gift gedrückt. Wo muss ich denn hin? Was ist bei dir los? Ey, da ist ein Milchkäfer. Lass mich an deine Zinsen. Okay, hallo? Jungs. Jungs, ich habe ein Rad dabei. Hallo, Plattenrüstung. Junge. Daumen hoch für dich, mein Sir. Kann ich dir diesen Käfer dort melken? Bitte, ich will einfach nur einen Käfer melken. Lady. Hallo. Aber da ist doch Hafer da. Ich kann doch sehen. Warum verarschen die eigentlich den König, Kevin? Das ist eine selbe Frage. Uff. Harter Mist. Ich behaupte einfach, Auto-Aim war scheiße. Nein. Warum habt ihr das getan? Ich wollte ihn melken. Zärtlich an seinen Zipton-Zie mit Käfer-Milch gewinnen. Dafür werden wir alle sterben. Nicht Daumen hoch, Mann. Daumen runter. Sieh ihn dir doch an. Er lebt. Alles ist gut, Kevin. Alles ist gut. Ich bin bereit, alle zu töten. Netter Kerl. Jetzt lauf doch nicht weg. Gib mir Käfer-Milch. Was ist denn das hier? Ich will die Milch bitte selbst abmachen. Darf ich? Ja, ich brauche Milch. Oh, guck dir das an. Fuck, oh shit. Ich stehe auf Quality-Milch. So, wo war jetzt das Side-Quest, was wir noch machen wollten? Oh, oh, da sind wir schon dran vorbei. Wirklich? Wie? Ich dachte, das wäre da hinten in dem Turm. Was ist eigentlich mit dem Wetter? Wieso fängt man sie an zu stürmen? Das ist eine sehr gute Frage. Gut, wenn die Karte sagt, dass das Side-Quest da hinten ist, dann glaube ich da gerade, dass... Ich glaube, ich brauche einen anderen Hut, wenn ich die Rüstung hier anhabe. Das sieht nichts aus. Ja, der Kronhelm geht schon besser auf die Platte. Das ist eine Rüstung. War nicht wirklich gut. Aber besser als mein russischer Tanker-Helm. Vielleicht soll ich einfach die richtige Krone wieder mal anziehen. Das Wetter wird wirklich schlecht. Ja, guck mal, der Hintergrund. Mein Sturm zieht auf. Bin ich schon zu weit gelaufen? Nein. Ich verstehe jetzt aber nicht so ganz, warum sind die Gegner hier im Dorf. Bestimmt das, was ich da sehen muss. Ich gehe durchfussten. Robin! Der geht zum Turm. Hever, ja. Im Turm. Ja. Ich töte die. Robin hat News gebracht, dass ein viciöses Nest of Grubs hat in die Tower gebracht. Niemand wusste, was sie dort gebracht hat. Reggie hat sich selbst herausgefunden. Er hat sich selbst herausgefunden. Er hat sich selbst herausgefunden. Noch was? Er sagt nochmal das selbe. Lass mich in Ruhe. Warum redet er mit mir? Hör auf die Tür. Weiß dann. Ja toll, jetzt muss ich doch nach ganz da hinten. Fuck. Okay, tun wir einfach mal so, als würde ich schneiden, bis wir da hinten sind. Wow, das ging jetzt aber schnell. So, wir haben ja unten eine Höhne vergessen anscheinend. Mal reingucken. Oh. Wir haben eine Spitzhacke. Da kann ich doch nicht glauben. Oh, eine Schatzkiste. Die Schatzkiste. Irgendeiner braucht die bestimmt. So wie den Teddybär und das Wagenrad. Ich bin ein guter König. Ich habe sowas einfach schon immer dabei. Bevor ich die Quest dafür habe. Nein. Nein. Guck mal, da wie du die Artikel gehobelt hast. Deshalb bin ich auch der König und nicht Dennis. Das stimmt wohl. So, hier ist der Käfer. Die sind hier, weil wir haben gerade die Broschleichen nicht weggepackt haben, oder wie war das? Haben die Ranger hier ihre Fahne aufgestellt? Wo habe ich das auch verstanden? Hallo? Das sind die ganze Zeit behaupten, dass das da ein Ranger ist, gell? Im Keller, da waren wir noch gar nicht. Sieht einfach aus, wie ein Obdachlumpa. Bisschen eng für die beiden hier, oder? Was war das denn? Was war das? Fah. das langsamer gut oder scheint es nicht langsam mal gut ich sehe auch angriffen nicht mal macht ein bisschen farbe trinke ich ihren saft der gibt mir kraft die hat noch da ein schwert oder sowas ich hab's doch genau gesehen da das sieht aus als wäre da eine ruhe drin oder so wer hat das in diesen ranger gesteckt aber ich mag meinen speer gerade hier ist ein verbindungsstück kann ich hier das pass das gas ablassen es geht da ist immer noch todes weiß nicht gesneakt in der vollen platten rüstung hey die käfer sind tot schicker schild schicker speer hässlicher schild was haben wir für einen schiefmann gekriegt alle älterquests gemacht ja auf die mongegen meine schwert streiche zu sein ich war doch gut unterwegs ok was sagt er ist ein ratten skelett auf dem feuer da rechts scheiß frosch männer ich weiß nicht warum sind wir hier in der post apokalypse ich weiß nicht mal wie groß beziehungsweise klein ich überhaupt bin so zurück ins trimsen fort der koch soll was zu essen waren und schmidi muss mir noch ein oder zwei sachen kraften aus dem weg könig kommt hey dennis hast du das von deinem kumpel abgeguckt der coin flipper der ist tot denn es ist ein ist ein square tot tut mir leid wenn es so ist du kannst du eigentlich haben den brauche ich noch dennis red doch mal mit mir jetzt läuft er wieder dennis man das hat dennis hat noch kein wort zu mir gesagt hey die haben das blut der könig tot ist das macht mich schon ein bisschen traurig das macht ihn glaube ich schwierig smiddy duud wir haben blubrins ja auf zu flöten spielt mir was ok ich habe nichts gesehen was mir gefällt nur noch so ein noch so ein helm mit kopftitten dran noch eine ja der ist fast cool der ist leichter und besser ok sonst so leid die ist gut fast so gut wie meine heavy und wiegt die hälfte das hat man hier gekriegt ach so den käperschild hier und den neuen rundschild hier irgendwas was endlich mal brauchbar ist ach das waren ein händer die wir da gekriegt haben ich dachte das wären zwei händer dann hätten wir es auch anziehen können ich krieg die ganze zeit blaue schwere gekraftet toll den habe ich schon dann weiter gute arbeit smiddy wir sehen uns wieder weiter tut so gehen wir zu chef koch der wollte mir was zu essen machen ich wünsche leben kann wie ein könig was leckeres hast du chef koch komm schon komm schon komm schon verbeugen ist auch unnötig wir sind auch alle brüder now the chef hat his bread mushrooms and milk reggie hoped the food would improve as promised ne milch würde ich das nicht unbedingt nennen ich hab gesehen wo das herkommt hallo kevin anders nach draußen ich will zu chef kevin anders nach draußen chef mein dude ich nehm schon mal platz lass dir Zeit überrasch mich ja pilze brot und milch ist bestimmt ein geiles essen guck ein burger und ein shake genau das was ich jetzt brauche nachdem mein königreich verwüstet wurde ein juicy mushroom burger reggie felt healthier already geil chef das war nice ne scheiß rüstung noch gratis mit dazu toll danke und ein neues stirnband richtig nice oh neue rezepte wir gehen nochmal kurz auch zu schmitty die Kerle halt anschreien dass er sich verpissen soll mit seinem Müll hm was chef chef du kochst gut aber dein loot ist scheiße kompletter rotz aus dem weg ich muss zu schmitty 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 ich wollte gerade zu dir kommen man ok lass hören schmitty okay ja wohl okay sagst du Schmidi, bist du hier? Nice, Schmidi. Ich dachte, du wärst unten im Drohensaal am Abgammeln. Wie alle anderen. Kraft mir was, Mann. Cool. Braucht kein Mensch, den schweren Krummsebeln. Aber danke. Oh, das sieht gut aus. Der ist schwer. Und minimal besser nur. Aber guter Versuch, Schmidi. Wo war die Krypta? Da war nicht weit, gell? Konnte ich hier irgendwo speichern? Das fühle ich auch schon seit einer Weile. Das war Episode 9. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und nächstes Mal geht's um die verbotenen Krypta, um Schmiederezepte zu suchen. Nicht verpassen. Schmiederezepte zu suchen. Schmiederezepte zu suchen. Schmiederezepte zu suchen. Schmiederezepte zu suchen.